Hallo, mein Name ist Wolfgang Moser, ich bin sauber Künstler und wenn ihr vorbeikommt am 20. September ins Team 7 Spezialstudio, dann frage ich euch dort, wie man Geld machen kann. Also, mit wenig Glück sehen wir uns am 20. September um 20.15 Uhr bei der magischen Nacht der Möbelmeile. Möbelmeile.